Hallo meine Lieben, da bin ich zu einem kurzen Action-Einkauf und zwar habe ich von der lieben Nicole ein paar Action-Sachen abgekauft. Sie hat mir ein paar Bilder gezeigt und mich gefragt, ob ich das haben möchte und da habe ich gesagt ja. Und es kam gerade an, ich filme auf meinem Bett, da auf meinem Schreibtisch gerade kein Platz ist, weil ich gestern gewerkelt habe. Ich habe neu meinen Resinen-Anhänger fertig gemacht und dazu kommt dann auch ein Video zum Tausch. Und ja, ich wollte euch die Sachen mal kurz zeigen. Die waren alle eingepackt in Zeitungspapier, das habe ich schon mal entfernt. Und dabei waren einmal diese Blumen hier, die sind so Gerlanden. Mit Blumen, finde ich mal total cool. Habe ich noch gar nicht so was. Dann habe ich die hier in so Blümchen. Die kann man bestimmt auch, oder Sternchen oder was auch immer das sein soll. Finde ich total klasse. Dann habe ich noch mal ein Stück abschneiden und ein Dings dran und Knoten drauf und an ein Album hängen oder an meine Goodie Bags oder wie auch immer. Dann die Blumen nochmal, sind es auch Blumen? Ja, das sind auch Blumen. Finde ich total klasse. Natürlich habe ich auch alles selbstverständlich bezahlt. Bis auf ein Päckchen, da stand Goodies für dich drauf. Und dann habe ich hier nochmal diese kleinen Blöcke. Die kennt ja jeder schon, die habe ich auch mehrmals schon zu Hause. Aber die kann man immer gebrauchen. Mal für ein Tauschpäckchen oder wie auch immer. Die sind total schön. Also die sind auch echt eins meiner Lieblingsblöcke. Ich habe der hier. Der gefällt mir auch besonders gut. Ich bin überall verletzt. Hier, hier, mein Finger. Das war mein Meerschweinchen. Das tut richtig weh. Der ist auch total wunderbund. Ja, finde ich total cool. Dankeschön. Dann hat sie mir hier so einen Stanzblock mitgebracht. Und ich finde diese eine Seite total süß. Diese hier finde ich richtig, richtig süß. Und dann machen wir mal weiter. Noch diese Seite. Und diese Seite. Und diese Seite. Das ist auch total süß. Total cool. So einen Block habe ich noch gar nicht. Dann hat sie mir hier diese Sticker. Die finde ich auch total schön. Vor allem das schwarz-weiße. Finde ich total cool. Und dann dieses hier noch. Dann hat sie mir diese Rahmen eingepackt. Die kriege ich auch noch für meine Lieben Steffi. Und ja. Finde ich total cool. Jetzt habe ich sie nämlich dann doppelt. Und dann kann man sie auch benutzen. Das ist einmal die Version. Und einmal die Version. Die Version. Und die Version. Denn für Sachen kann man immer doppelt und dreifach gebrauchen. Und dann hat sie mir diese Tag. Gift Tags eingepackt. Zwei Sorten. Die finde ich auch mal mega. Ich habe sie auch schon aufgemacht. Das einmal die hier. Das hier. Ich habe da schon ein paar Ideen, was ich daraus machen werde. Total cool. Und den hier. Bist total cool. Dankeschön. Und dann hat sie mir noch diese großen Blöcke besorgt. Also mitgebracht. Beziehungsweise. Und ich finde die ja mal mega. Schaut euch die mal an. Total klasse. Ja. Schaut es euch selbst an. Total geil. Hier wiederholt sich das halt. Dann kommt dann die Rückseite. Was ich auch total klasse finde. Total cool. Das war einmal der. Der ist ja auch quietschebunt. Aber auch total schön. War es hier einmal echt zu schade. Ich habe das Fenster offen. Total geil. Ja, ich habe das Fenster offen. Wer das hier euch wundert, wer da draußen lacht. Ja. Die sind immer laut, wenn man dann filmen will. Oh, das ist schön. Da weiß ich schon, was ich daraus machen werde. Das ist ja auch einer meiner Favoriten. Weil blau ist so meine Farbe. Also das jetzt nicht eher. Also ich mag das nicht, wenn das so Leute drauf gebildet sind. Wie hier auch. Total cool. Das ist jetzt hier selbst. Hammerblöcke. Und ich bin momentan so viel am verbasteln an den großen. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist auch einer, den ich gerne mag. Das ist auch schön. Das. Also ich habe selten, dass da Blöcke dabei sind. Oder Bilder. Papiere, die ich gar nicht mag. Das ist echt selten. Der ist zum Beispiel nicht so meins. Aber ja, das kann man ja dann weiter tauschen. Oder die Rückseite verwenden. Das geht alles, wenn man will. Total cool. Das ist auch total schön. Und dann den letzten hier. Ja, das ist der letzte, der fünfte. Die haben ja auch alle Namen. Die Blöcke. Oh, boah, das ist schön. Das ist auch schön. Oh, ich liebe Blumenherzchen. Ich sollte mal einen rausbringen mit Sonnenblumen. Den würde ich mir dann zehnfach kaufen. Und das war's dann auch. So, das waren die Action-Sachen, die ich gekauft habe bei der Liebende Korn. Dann hat sie mir hier noch so ein Goodie-Pack eingepackt. Das habe ich noch gar nicht aufgemacht. Mit so einer total süßen Tüte. Oh, es hat mir Stücke eingepackt. Hier, schaut mal. Sternchen. Kreischen. Oh, die sind ja echt mega. Blümchen. Oh, die Sternchen hast du mir zweimal eingepackt. Falls das Absicht war, musst du mir Bescheid sagen. Wenn nicht, schicke ich dir wieder eins zurück. Total cool. Dann hat sie mir hier... Ach, sind die süß. Man sieht meine Hand. Total cool. Das ist so ein Frankreich-Style. Total cool. Dankeschön. Und dann hat sie... Das ist so wahnsinnig. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht. Nein. Total cool. Dankeschön. Dann hat sie mir noch Glitzer-Steinchen eingepackt. Oh, hier. Und dann hat sie noch mal... Das ist dicker eingepackt. Und dann hier einmal noch so. Die hier. Da ist so eine Sonnenblume drauf. Die ist ja total cool. Die werde ich weiter verbasteln. Und dann hier noch die. Und dann waren einmal noch die. Und dann hier hinten zum Ausmalen. Total cool. Die Sonnenblume. Und dann noch zwei Packen von diesen Glitzer-Steinchen. Hier haben wir damals nur ein oder zwei Packen mitgenommen. Eins habe ich abgegeben. Ein Tausch-Päckchen hatte ich nur noch einen. Ja. Das waren die tollen Sachen. Vielen, vielen lieben Dank, Nicole, dass du mir an mich gedacht hast. Mir den Sachen. Und dein Päckchen geht auch bald auf die Reise. Aber ich warte noch auf was, was da reinkommt. Und wenn das dann da ist, geht es los. Ich hoffe, du freust dich. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.